7. August 1962 Ich klagte. Mein Jesus, ich bin so verlassen. Was soll ich dann sagen? Gibt es einen Verlasseneren, Verachteteren, den Sie mehr vergessen als mich? Wenn sie wüssten, wie sehr ich mich nach ihnen sehne. In meiner ständigen Einsamkeit rufe ich nach euch mit viel Liebe und Geduld. Und ihr tut so, als wäret ihr gefühllose Menschen. Wenn ihr euch aber mit Vertrauen mir nähert, so würdet ihr die Liebe, die mein Herz euch gegenüber hegt, für euch flammt, empfinden. Wenn irgendwo ein Feuer entsteht, so lauft ihr von überall zusammen, um zu helfen, damit kein Schaden entsteht. Das Feuer Satans, das Feuer des Hassers, löscht ihr aber nicht. Ihr lasst zu, dass die Flamme der Hölle alles verwüstet. Wehe euch, wenn ihr feige zuschaut, ihr, die ihr verantwortlich seid. Ihr schließt eure Augen und lasst die Verdammung der Seelen dulden. Ihr auserwählten Seelen kennt meine unendliche Geduld und Güte, aber auch meine Strenge, mit der ich euch richten werde. Weichert von mir, weichert von mir, weichert von mir in das ewige Feuer. Eure Hände sammeln nicht mit mir, sie zerstreuen. Oh, ihr wahrlich unglücklichen, mir geweihten Seelen, geht in euch und kehrt zu mir. Noch ist es Zeit. Lasst die Trägheit zum Guten nicht Herr über euch werden. Das ist die Wurzel aller Übel, die sich in eure Seele einnistet. Ohne dieses lebensspendende Licht leidet ihr unter dem Druck der Trägheit Qualem. Kommet zu mir, die ihr von der Trägheit zum Guten beladen seid. Ich nehme sie euch von euren Schultern und erleichtere euch. Nur der Empfang meines heiligen Leibes kann euch helfen, aus dieser von Satan sorgsam versperrten Finsternis herauszukommen. Überlasst euch nur mir. Merkt ihr denn nicht, wie ich euch nachgehe? Sind auch die vielen Mannungen vergebens? Merkt euch, dass viele durcheinander stammt immer von Satan? Das Böse ist sein Werk. Satans Werk hält aber nur so lange, wie ich es ihm erlaube. Ich fasse eure Hand, ihr dürft nur eure Arme nicht auslassen. Kehrt um zu mir und opfert euch mir auf dem Altar der Zurückgezogenheit und des inneren Materiums. Da fragte ich den Herrn Jesus, wie ich das verstehen solle, denn die äußere Tätigkeit sei ohnehin genügend gehemmt. Der Herr spricht hier die Ordensleute an, die nach der Auflösung sämtlicher Orten im Jahre 1950 ihrer karitativen Tätigkeit beraubt wurden. Ihr müsst begreifen, dass dies mein Wille ist. Satan kann dieses innere Martyrium nicht verhindern. Dieser Kampf in der Tiefe der Seele bringt mehr Früchte, als das für mich erlittene Martyrium. Kommt zu zweit, zu dritt zusammen, betet und wachet und nehmt so den Kampf gegen den Fürsten der Finsternis auf, gegen seine zerstörende Kraft. Seid nicht untätig. Ihr tut so, als hättet ihr keinen Vater im Himmel, der auf euch achtet. Umarmt die Erde mit eurer Sehnsucht. Durch eure Opfer, die in reiner Liebe erglühen, versenkt ihr die Sünde. Glaubt ja nicht, dass das unmöglich ist. Habt nur Vertrauen zu mir. Ich bin mit euch. Den Löwenanteil des Kampfes übernehme ich. Halten wir zusammen, ihr lauen Seelen. Macht euch nicht unglücklich. Schenkt mir Vertrauen. Dieser Glaube, dieses Vertrauen gibt Millionen Kraft zum Ausharren. Meine Tochter, auch du sei nicht kleingläubig. Schließ dich den mir geweihten Seelen an. Auch dich habe ich berufen. Antworten nicht mit einer Tat der Laune, sondern in dauernder Opferbereitschaft. So bringt es reiche Frucht für die Seelen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.